wut kann ich mich irgendwie keine ahnung ein Bett bauen kurz Bett Bett wut wir können wut es will ja will wut Perfekt Obsidian White Paper Pen Das Ding brauchen wir auf jeden Fall Das haben wir hier noch so Reinforced Mining Speed 8 Reinforced Reinforced Slimey Ok Crossbar Nehmen wir mal mit Hallo du Scheißvieh Komm her Perfekt Was hier passiert ist weiß kein Mensch Oh ja Der hier ist safe Hi 3 MLS gegen die Menschen Schön Nichts Schönes Feuer Schön hier die Hütte Schön schön Weißt du schon drin Hi Gegen ein Iron Orberry Bush Oh ganz ruhig Kollege Cross knife Stone sword blade Okay Okay Was aber jeder Was das hier ist weiß auch kein Mensch Kaktuspfanne Wollen wäre hier genug Würde ich mal behaupten Kann ich da oben hängen Da oben war ich ja noch gar nicht Geh weg Da oben war ich ja noch gar nicht War ich überhaupt schon hier drin Oh hi Bistig Hast du das gelockene Stücke Das ist da Wow Einfach nur Wow Eine Laterne Wow Aber ich könnte mir die Wolle hier abgrasen So drei Stück Dann wo habe ich mein Holz Warum ist hier nichts mehr drin Ah Ah Jetzt 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Das ist ein Häuptling Wo Der hat dir nichts getan Auf die Suppe Okay Ähm Das hier wird unser zweites Nachtlager So Bett Perfekt Perfekt Oh Meine Hand Ist am Stern Sehr schön Na super Jetzt regnet es auch noch Ah ne Ey Hier zu Boden Ist eigentlich perfekt Bei den Villagern Aber Wir gehen weiter Machen uns auf die Suche Nach neuem Zeug Jo Der Rapid Fire an Ah Der steckt Damage ein Okay Ich habe auch Was hat denn der für Schuhe Steel Boots Protection 3 Protection 3 Okay Kein großer Unterschied Was ist so ein Ofengedöns Zombie Head Ich muss gleich mal das ganze Crap sortieren Jetzt die Frage Wo dackeln wir jetzt hin Dahin Oder Dahin Ich würde sagen Wir dackeln dahin Das wäre mein Vorschlag Oh Hi Kollege Oh genau Gewonnen Hattet HP 136 Ich will 288 Hältes aus Das ist noch bis 190 Naja Naja Bis durch What the fuck Alter hier gibt es echt Sachen Das ist echt unglaublich Vor allem sehr hilfreich Und da ich hier jetzt Full Saphir habe Juckt mich die wenigsten Sachen Mittlerweile Ja wo ist denn Hier war noch ein scheiß Creeper Ich habe es gesehen Ich habe es gesehen LOL Den Baum Den müssen wir haben Haha Du Noob Aber den Baum da Den müssen wir haben Fragt euch warum Weil er blau ist Oder habt ihr mal einen blauen Baum gesehen Das ist ja nur episch So ein blauer Baum Oh meine Hand Oh hart er ist Kürbis Bringt noch weniger Außerdem habe ich noch ein paar Kürbis Hier zu Hause Ich muss zum blauen Baum Wo ist der blaue Baum da Ey du Schwein Piss dich LOL Alter ist das Ding riesig Ich brauche einfach nur ein paar Z-Slinge Da war einer Ich kann es nicht aufsammeln Weil mein Inventar voll ist Crap Ich brauche noch ein paar mehr Z-Slinge Noch ein Z-Sling mindestens Meine Hand schläft gerade voll ein Volle Kanne Also wenn ich motorisch gerade nicht mehr so in der Lage bin Liegt daran dass meine Hand eingeschlafen ist Einsatzling egal Wir machen weiter Wir gehen weiter auf Die Suche Nach dem gewissen etwas LOL Brokkoli und ähnliches Oah da war irgendwas egal Egal Lack Leck 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 Bum bum Ba 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 bade lapam bapam 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 Oh meine Hand Ich muss kurz eine Mit einer Hand spielen ok das ist aber ein fetter leck gewesen keine sagen dass er nicht fett war wo habe ich durst und hunger ich glaube ich mache dann aufnahme stopp und es was habe so fett hunger gerade meine hand schläft eine hilfe gleich kribbelt meine ganze hand da kann ich gar nicht mehr spielen das geht doch hier hoch lasst mich hier hoch ich bin ein spieler lasst mich hier rauf über das war schon 1175 meter ist es ist ja gar nichts das wieder öl wenn mal dahinten ich glaube dass wir ein paar felder auch wenn es auch wenn wir bis zum world border rennen wird gar nicht gibt es eine ein bisschen gold border ok hier ist überall monster ach du du abgut ist ja wie viel hält er aus superhose habe ich bekommen m m kabel protection sex das ist genauso gut wie meine lapis lazuli lagern alles nicht selten dinge zum bebring wow oh oh was ist das denn hilfe tun die einem was greifen die an hilfe alle geht weg die greifen an hilfe ich muss mir was gutes überlegen ok die kommen wie mache ich das jetzt am besten den bettlich tot zwei gegen eine sohn für so ist besser weil da was ist da los was ist da los sch 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 das bricht es scheint anscheinend so gut zu sein was ist das cold graves ok was ist hier los wo kommt der ha du kack nur kannst mich nicht einmal hitten vor den fischern habe ich angst fack erst mal snacken non oh alter ich ich zieh durch ich zieh durch ich zieh durch ich zieh durch kannst ah hilfe oder ich zieh durch könnt ihr vergessen ich hab da keine chance geht weg ich mag euch nicht verpisst euch hilfe hilfe alter was war das was haben die für probleme die leute auch wala ey mal ehrlich was zum henker soll der scheiß was habe ich denen denn getan ja genau perfekt ist best zum bebring kann man das und ist genau wie print christ 20 das nehmen wir auf jeden Fall mit das ist crap das ist crap mit den ingots was tauschen wir das gegen ja man kommt die zum behetz brauchen wir nicht in der lilyseed sie brauchen wir auf jeden Fall kommen die dinger die kann man selber basteln das nehmen wir mit das nehmen wir mit ich glaube das ist ein long time ago abend oh es ist dunkel äh dann leck ok jetzt packen wir rein wir packen das passt nicht rein wo ist meine Enderperle packen wir rein Kohle nicht warum habe ich da drin und den scheiß das nehmen wir mit rein wir nehmen das mit rein und was ist das denn The Ender EMPOWERED ich habe nullperlen was das Schwert bringt aber was ist das denn das hier gibt's Sachen das ist unglaublich da muss man aufpassen haben wir haben wir haben wir Blöcke haben wir perfekt Spitzack haben wir auch sehr gut Leck haben wir auch perfekt beste Voraussetzung der spawnt außerhalb ist der des Wahnsinns mich so zu verjagen guckt euch die mal an was ist denn da los was ist denn da los Hi Kann ein Weißchen dauern die Headbanger die Headbanger Alter wie oft mein Köpfe bekommt ist echt unglaublich Alter ey wo kommst du denn her pisst euch perfekte xp farm aber erst mal die ganze zombie armada ist hier das gibt's da nicht wo sind die zombie spawner das gibt's da nicht wo sind die zombie spawner das gibt's da nicht ganze vergessen das ist doch unmöglich ne oh oh pisst euch ey die scheißviecher die nerven nein jetzt haben sie mich ein Eisenschwert ein paar Schüssel Eisen ne alle wie sind's das doch das Wahnsinns naja ich glaub dann beende ich mal hier den scheiß es geht schon einen auf den Sack das ganze so das kann weg das kann weg und das kann weg dann kann ich was zum Essen mitnehmen zack oh das wär auch nicht schlecht Eisen nehmen wir auch mit ah das da perfekt jetzt haben wir 20 50 und da jetzt es fängt an zu regnen perfekte Bedingungen jetzt aufzuhören finde ich so machen wir es auf den Schluss dorthin so dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten bei der nächsten Aufnahmesession und euch noch einen schönen Tag Cheerio